was denn das sehen ja es kommt jetzt ja leute es so ein piece jährigen loswerden schlimmsten die man den löser lassen sich ja jetzt auch mal packt es rum okay ein bisschen näher bildschirm das intro ist jetzt nicht mehr zeigen warum warum jetzt wieder der gleiche teil der ok er ich nehme one piece wieder auf weil mit der andere emulator habe ich probleme aufzunehmen deswegen habe ich die fünf parts das sind schon fast gewesen gelöscht ja und ja jetzt werde ich das noch mal aufnehmen damit und das wird noch viel langsamer sein als letztens als richtig schnelle angriffe gemacht wurden alles ja die originalversion von musti ist das jetzt auf der nume aber ich glaube dass er nicht das ist echt langsam ich glaube es warum bin ich gegenseitig ok das muss schon sein ok den gibt es ja auch gibt es den auch komischen wächter von den bildern eigentlich müsste es doch wenn man den schlitzkater ach so ich habe gedacht das ist nicht so ok ich hätte sagt redet hey ja buggy ist klar ach ja beim ersten paar drama ich habe 20 gefällt mir und zwölf nicht gefällt mir warum kannst du das nicht richtig erzählen und so sehr klar die sind nur neidisch dass ich das spielen kann der unfähige bastarde und was habe ich privat gemacht damit damit die zuschaueranzahl immer noch so ist egal die können mich mal ich will die kommentare wissen aber nicht solche unnötigen kommentare von denen ja die ganze battle option wie erstmals sound ändern das ist ja die audi oder speichern ok es geht jetzt los im training müssen wir nicht multispiele braun arena ist das nein weil tricks müssen wir ja machen die parts wenn immer 20 minuten dauern muss die ja ja der rennwelt steht der größten event des jahrhunderts bevor warum hast du mich von der seite aus ich hab mich hier beschnallt ich höre da piraten grand prix ein renn in dem der größte aller kämpfer liegen wird echt nicht steht marino mit piraten kämpfen offen die nachricht hat sich wie ein laufeuer verbreitet alle großen namen sind dabei monkey wenn ein pirat pirat monkey de waffi hat die macht der gum gum froth er ist unterwegs nach last resort und entschlossen zu gewinnen ich habe ich habe gesehen wer das schon aufgenommen hat und der typ hat kein sound er hat man hat nur seine stimme keine ahnung und dass sein erstes erstes let's play meint er beim piraten grand prix werden viele verrückte teilnehmer mitmachen ich gebe alles was ich habe aber zuerst müssen mir ein team aufstellen wen soll ich fragen so echt oder einfach nein 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 der oder letzten mal gut den ich finde okay ich nehme den mal was wir dazu mir sagen sieg oder tod egal wie es ausgeht wir müssen das tun ja überstehen wenn das so ist werde ich meinen stolz für den sieg hergeben nutte danke lasst uns alle zusammen trommeln auf zum finale nach dem glas wie sort ich danke so was kannst du schon hoch oder warum war das im fall keine ahnung ach nein das waren die okay ich weiß schon wie sie geht deinen gegner hast du fast und so alles schon gemacht müsste eigentlich noch da sein okay ist gut was am anfang nicht abenteuer wie aufregend so wie wäre es mit etwas training vor dem turnier ich kann helfen dann super lust denkt daran ich helfe nur für dieses turnier klar das ist so langsam ich weiß kommt runter du kanacken schwein weg mit dir du schwanz wenn du wirst musst du einen luftkombau machen also eher nach oben schlagen geschafft wird sie einmal abwechseln oder bis einer stirbt nicht so schäbe ich werde spazieren gehen um mich aufzuwärmen bis später es ist richtig leicht der anfang deswegen meine ich ja willst du lieber ab ich werde darauf achten dass ich keine belassen ich werde mir alle mühe geben johu du bist jetzt in deine team der joker okay erst mal ein joker hey wenn du sie deine gegner hilfsfügen können leichter gerufen werden wenigstens bei den ersten fünf parts keine große worte spiel einfach also mit worten mal die vorlesen was so die meisten kennen das doch schon nicht nein echt nicht die das geguckt haben ja aber trotzdem für die die leute die das noch nicht haben hey sanji willst du gegen mein team kämpfen scheint als hätte ich keine wahl frankie hilf mir ja und du willst action sehen ich bin diese woche besonders stark johu tipp auf mein gesicht auf den touch bin und rufe mich zu hilfe zwei schilder sind besser als einer heißt es hast du gestern die one piece folge gesehen klar so geil es hat so geil man ich bin ja internetlos ach so doch kommt wenn sie schräg nach oben also oben rechts du verdammter schwanz kopf ich bin ja warum willst du mit dem brug aus du musst anrufen ach sooo ok nur angelegen dann ok woher ist das jetzt noch ein neuer ähm was verstärken boah die sind schon verstärkt machen ja das ja die werden ja automatisch noch gestärkt warum nicht ich werde dir helfen überlassen nur den alten frankie ok sieben minuten haben wir schon irgendwie besiege deine gegner besiege deinen gegner ok der hilft alle stufe nein falsch an das bedeutet nur dass du glaube ich soweit ich weiß weniger wenn du halt getroffen wärst oder so dass du weniger echt ich dachte wenn da feiner unten das heißt was negatives sucht dann sieht aber so aus wie ich was bin ich das egal zeit zu kämpfen ja auch los ich mache euch alle fertig noch einer falsch an das heißt einfach nur wenn du runterfällst das ist aber so und also wird geringer also ich das verschwinden ja die 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 Gott, der Bartre. Kommt her. Du weißt ja, alle gegen alle. Ich weiß. Ja, perfekt. Du verdammter... Kommt doch her. Ey, wie langsam das ist. Hölzstörer. Warte, ich ruf jetzt. Bin ich tot? Nein, aber ich glaube, du hast ihn nicht besiegt. Warum ist der schon... Ah, okay, so ist es. Achso, ich bin... Habe ich gewonnen oder habe ich nicht gewonnen? Okay, ich habe irgendwas mit Hilfsfigur gemacht. Das ist deine Aufgabe. Achso. Also ein von deren Hilfsfigur zu schlagen. Er soll 100% hier machen? Mh, geht nicht. Echt nicht? Die meint ihr überall? Ja. Geht noch nicht. Die muss erstmal noch krank werden. Achso, ja, ich weiß, da kann man sich als wenigstens anders machen. Und Kai, die Brocken, Support dafür. Ja, würde ich machen. Warum denn? Ich werde ein Level schreien. Also, wir kriegen trotzdem Erfahrung. Oder steigen Bläser auf dem Boden. Das ist toll. Was passiert, wenn ich darauf sitze? Oh, kaputt gehen? Ach ja, wo kommt eine Seifenblase? Nein, nein, nicht schwimmen. Bleib einfach so. Guck mal, ich hasse diese Seifenblasen-Dinge hier. Ihr sollt auch schminken. Achso, so. Und dann, wenn du eine siehst, links oder rechts. Ich sehe keine. Bleib einfach drauf. Ja, okay. Und wenn es nicht ist. Und dann bleibt noch mehr. Bleib einfach so. Versuch es noch. Scheiße. Egal. Guck, 15, 25, 25, 30. Hm. Ich bin nicht mehr so heiß. Oh, scheiße. Machen wir hier die gleichen. Wir machen lieber wirklich Angriff und LP. Die sind aber von den wichtigsten. Speed? Das Spiels ja brauchst du noch nicht. Okay. Okay, wir kommen hier schnell voran. Mit der langsamen Version. Wie sie, äh. Wie sie gegen den Gegner? Okay, Piraten-Jäger-Soro. Wir sind mit Soro-Verschein. Wählen alle. Ja, ich mach ja. Hallo, Mann. Bereit zum Kämpfen. Na, komm schon. Nur keine Sorgen. Na, zögern. Sag bestimmt, wenn du kämpfen willst. Das ist kein Problem. Ich kann abgeben. Ich teile gerne meine Dinger, was ich habe. Deine Dinger? Also mein Spiel. Komm her. Deine Dinger teilen. Irgendwann, ich weiß, wie das klang. Ich weiß, wie das klang. Flieg doch weg! Komm her, komm her. Komm, du Vollidiot. Und boom. Nein, doch nicht. Jetzt aber. Ja, jetzt! BAMS in your face, bitch. Was heißt Spezialangriff? Nee, einmal mit Spezial- oder Geheimangriff getroffen. Ach so. Juhu. Ich werde dafür sorgen, dass alle mich kennen. Ich will der beste Schwertgewehr werden. Okay. Geh zum Schach. Da hast du ja, ähm... Ja, also wenn du... Das ist der Kopf. Ach ja, die ganzen Spezial-Tacken. Hm, noch nichts. So schnell? Ach ja, stimmt. Ja. Ja, Speicher schön. Warte mal. Hier gab es irgendwas mit Zock, wo man es machen musste. Ja. Als du Zorro als Anführer. Ey, Zorro, was suchst du hier? Wo gehst du hin so allein? Ich geh nur spazieren. Lass es ein machen! Du lässt es besser. Was? Das lässt du besser. Dein Orientierungssinn ist miserabel. Das ist ein Archipel. Dich finden wir nie wieder. Ich glaub mich schon nicht. Ja, diese Gesichter, Mann. Das sind immer geil. Ja, ja. Ich mag seine Attacken einfach. Irgendwie komme ich mit ihm besser klar als Ruffy. Beide auf einmal. Guck mal, ich komme irgendwie besser klar mit ihm. Yeah, guck mal, alles noch. Ja. Ah, kriegst du Money. Zu viel Money, Money. Zu viel Money, 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 Money. Zu viel Money auf einmal. Gibt es noch nicht noch eins mit Zorro? Äh, nein. Da war doch irgendwas mit Zorro, oder? Das ist aber nur Geld. Ich glaube, es ist eigentlich nicht so wichtig. Aber kannst du machen, wenn du willst. Ist die Musik ähnlich irgendwie langsam? Ja, wollen. Irgendwie kann ich mir so. Warum hast du diese Gefängnis von Frankian? Du klickst, ah, ah, ah. Das geht dann alles nach rechts. Ah, sowas kann man auch sehen. Hab ich keinen neuen, ah. So. Dir ist langweilig kocht. Sollst du den nicht auf deinen Kampf vorbereiten? Ich bin eigentlich bereit, und du? Schon die ganzen Schleim vom Strand gedeckt, Moskow? Weh, du, das reicht. Du forderst mich heraus? Na dann, ich komme mit dir klar. Ist die Musik immer so langsam? Mal, da ist wieder normal. Ich glaube, das ist nur in der Spielwelt. Ja. Rolf für mich. Dankeschön, muss die in das Landkreis. In der Nähe von Smoker. Dann würde der ein Konferenz einsetzen. Kommt so zu... Scheiße, ein Angriff ist mehr. Oh, du Scheiß, was macht er mit mir? Wer? Andere Seite, andere Seite. Oh, Mann, ich kann nicht die Richtung wechseln. Egal, Schiss. Glück gehabt, dass Bombe draufgekommen ist. Ich brauch' money. Den kannst du für alle kaufen. Kann die anrufen. Äh... Mach das gleiche. Ja, ist immer am besten für den Anfang. Okay. Na fünf Minuten. Shop. Shop, 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 shop. Shop, okay. Kann wirklich für alle okay. Das ist eh einer der besten. Die Karte braucht man die eigentlich? Eigentlich nicht. Was ist das denn? Das ist nur, wenn du alles siehst. Also, auch die Geheim... Achso, ja, stimmt. Äh, besiege deinen Gegner. Hab' ich das nicht? Nix. Achso, ja, stimmt. Achso, das. Fand schwer werden. Ich weiß, aber das ist ja langsam. Ich glaube, damit komme ich jetzt irgendwie klarer. Sport-Charakter brauch' ich die? Franky. Nein, nein. Franky und noch AAA. Siehst du? So schnell geht das. Ja, okay. Das hab' ich auch mal so gemacht. Ist, was du willst. Ist heute umsonst. Schlagt euch nach. Herzenlos voll. Okay, ich nehme dich beim Wort. Oh, ja, Herr, damit ich erst das alles. Weiß, dass es schwer ist, ne? Ich weiß. Auch wenn er so langsam ist. Weil ich verprügelt die jetzt erst. Sie sind nie so schwach. Und... Ja, und ab. Ja, zum Beispiel. Mainz! Niemals Gift! Hm, nicht schlecht. Gut anfangen. Wirklich. Es soll verkriptete Takoyaki. Ja, ich kann hier Wichser. Ich kann hier Wichser erst mal angreifen. Aber... Ich schieße wieder. Mainz! Ähm... Ich will mal hoch. Okay. Nee, schlecht. Ich glaube, du kannst gewinnen. Habe ich am meisten? Bis jetzt schon. Gib mal Takoyaki, ihr Wichser. Geh nach unten, geht nach unten. Mainz! Hey, wieso schnappst du das nicht? Oben, oben ist das auch was drin. Okay, war damit. So. Verdammte Scheiße! Wieso macht der nichts? Achso. Ah, ich könnte es jetzt lösen. Nichts besiegen. Das heißt, das ist noch eigentlich noch nicht. Das ist jetzt richtig leicht. Okay, ich glaube, du hast gewonnen. Nicht, wenn es nicht geht. Ah, Scheiße! Du, und? Hier kann ich auch... Dring, dringend zurück. Oh, Scheiße! Nimm links, ja. Dringendverzug, gleich nach vorne. Oder du kannst ein Rekord machen. Nimm die Kiste. Spring, 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 spring. 15, links, 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 links. Spring, links, 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 links. Du kannst Rekord hier schaffen. Ich weiß ja. Siehst du? Ja! 16. Mir hat noch viel gefehlt. Ja, das ist viel. Aber ich habe dir gesagt, weil er so... Ich habe dir gesagt, weil er so langsam ist, habe ich besser schon. Nein, das ist auch schwer. Oder ich habe einfach mal Glückstag heute. Also, ich fand, ich fand das schwer, als ich mich habe. Mach es euch. Leben nicht ein bisschen mehr. Du kannst auch beides leben machen, wie du willst. Ja, leben so, und es ist irgendwie so... Mein Name, Oktar. Man nennt mich auch Hachi. Hachi! Hahaha. Das musst du sein. Hol dir die meisten... Ah, okay. Na, das kannst du ja gerade machen. Stimmt. Was, der hätte ich nicht Oktar nehmen sollen? Oh, wenn wir mich heute nicht mehr sehen, würde ich meine Knochen nicht mehr. Warst du nicht mal ihre Knochen? Du wirst sie mit mir anlegen? Hier. Warte mal, waren die mich irgendwie schwer? Wo zum Helden... Ach so. Ignoriert mich nicht, ihr Wichser. Egal, ich zerstöre das Gebäude für euch. Verdammte. Ich würde jetzt auch lieber besinnen. Die Schlampe wird sich einfach Zorro krallen. Jetzt mal dahin gehen, wo ich will. Was macht der Tenor? Er hat Zorro getötet. Ich habe einen Namen hier getötet. Du musst ja nicht mehr draufgehen. Was musst du jetzt machen? Es kommen Bomben. Du weißt nicht, ich kann das ganze abwohnen, wenn du willst. Du weißt nicht, ich bin ein Verzickter. Boah. Ich konnte ich spezartige, äh, spezartige machen. Ähm. Ich weiß nicht, wenn du die Tasche anbeliegt hast. Ah, scheiße. So, was machst du da? Hier wurde einfach weggesteuert. Ich weiß. Genar mir getroffen. In eine andere Richtung, andere Richtung. Warum? Tritt es sich nicht um. Lange läuft das noch mit der Zeit. Noch ein bisschen. Lass dich mal einfach schlagen. Geh mal deine Lassen mal ein bisschen. Die sollen wir erstmal aufwachen. Nein, lass dich lang. Lass dich lang. Lass dich lang. Lass dich lang. Du gehst dir weg. Ja, ich lass mich schlagen, ist klar. Ja, die Bomben. Ist okay. Ja, wir sind, 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 wir sind. Und wenn, ist so egal. Fleisch. Bisschen Leben dazu muss kommen. Yeah. Yeah. Level 5. So, ist schön. Sehr, sehr schön. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.